Hallo zusammen. Hi. Ich bin der Erik. Und ich bin der Sven. Heute geht es um das Hörspiel Die Farbe aus dem All. Es erschien im Jahr 2019. Es ist eine abgeschlossene Geschichte, die ungefähr 100 Minuten lang geht. Und es ist das Genre Science-Fiction-Horror. Bei der Stadt Arkham soll ein Stausee gebaut werden. Aus diesem Grund soll die Landvermesserin Eve den Ort ansehen und begutachten, der geflutet werden soll. Doch zu ihrem Erstaunen muss sie feststellen, dass auf dem Heideland, auf dem der Stausee entstehen soll, auf unerklärliche Weise nichts wächst. Deshalb will sie weitere Informationen über diesen seltsamen und verlassenen Ort einholen und redet mit dem allein lebenden Emmi, der schon seit vielen Jahren in der Nähe des Heidelandes lebt. Beim Thema Aufmerksamkeit wollen wir ermitteln, wie viel Aufmerksamkeit man für dieses Hörspiel braucht. Das heißt, muss man mehr Aufmerksamkeit eben schenken, kann man das nebenbei hören oder eben nicht. Und ja, wie komplex im Prinzip ist es dann aufgebaut. Ich würde es mal so sagen, es ist eigentlich doch recht angenehm. Also es ist auf jeden Fall flüssig erzählt. Genau, also mitzukommen. Aber man muss doch schon... Und Sprünge gibt es da eigentlich auch nicht. Nein, es gibt keine Sprünge. Man muss aber dann doch schon teilweise doch sehr aufmerksam zuhören, weil man doch schon so manche Dinge, die eigentlich relativ wichtig sind, dann doch verpassen könnte. Ja. Weil es wird ja verdammt viel auch erzählt. Ja, wenn du meinst zum Beispiel, es gibt dann viele Geschichten, alte Geschichten, die dann irgendwann auftauchen und dann hast du halt mehr oder weniger sehr viele Informationen, die dann auf dich einprassen und dann musst du daraus ja das zu einer brauchbaren Gesamtgeschichte machen. Genau. Aber du hast keine, ja wie gesagt, keine Sprünge, keine Flashbacks. Nein. Abgesehen davon natürlich von diesen Geschichten, aber das ist ja trotzdem immer in der Echtzeit. Genau, es ist unter dem Strich immer noch sehr angenehm. Ja. Auf jeden Fall. Es überfordert dich nicht. Und klar, dadurch, dass es jetzt ungefähr 100 Minuten sind, also ein Zweiteiler ist, hast du natürlich mehr Infos. Aber es macht nicht das Hörspiel so um so einen Riesenschritt irgendwie komplexer. Es ist auch eine recht ruhige Atmosphäre, es ist nicht sehr hektisch. Ja, also du hast... Das macht es auch nochmal angenehmer. Generell ist da jetzt nicht diese typische Action, sondern das ist mehr eben dieses Horror, was da abgeht. Und definitiv auch Psychologie spielt da auch mit. Genau. Und ja, es gibt auch nicht so viele Szenen. Also in dem Sinne von wo spielt sich etwas ab. Du bist nämlich die meiste Zeit eigentlich genau da vor Ort. Ein bisschen unterwegs. Ja, die meiste Zeit ist ja so, wie auch in der Storybeschreibung, spielt es sich in dem Haus von dem Emmy ab. Genau. Wo er ja dann quasi der Eve das erzählt. Genau. Eve, also die Geschichte des Zweiteilandes. Und dann springst du natürlich dann in diese Vergangenheit so ein bisschen. Aber sonst, auch da spielt sich alles da ab. Ja. Ich meine... Man verlässt eigentlich nie das Heideland, kann man sagen. Nicht so richtig. Ja. Und deswegen ist das auch sehr angenehm zuzuhören. Aus dem Grund haben wir uns von einer Skala von 1 bis 10 auf eine gute 5 geeinigt. Genau. Ich finde das... Ich kannte die Geschichte schon. Aber anders. Also nicht bewegend anders, aber eben anders dargestellt, anders erzählt. Ich weiß nicht. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, woher. Vielleicht gibt es sogar einen Film davon. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja ein Roman. So viel wie ich weiß. Lass mich aber jetzt... Aber es ist eine uralte Geschichte. Generell so diese ganzen fantastischen Geschichten aus der Reihe von Oliver Döring. Ne, 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 ich war gerade am Nachdenken, aus welchem Jahr das nochmal ist. Ich komme aber jetzt leider nicht drauf. Wow. 1927. Das ist schon ein super alter Schinken. Das ist so ähnlich begeisternd eigentlich wie die Zeitmaschine. Weil das ist auch eine uralte Geschichte. Ah, hey, G. Wells, Lovecraft, das ist schon eine geile Sache. Wenn du siehst, in was für einer Zeit die gelebt haben, was die da für Gedanken hatten. So, ne. Das ist schon krass. Und mir hat da, wie gesagt, ich kannte die Geschichte, wahrscheinlich von einem Film. Und habe auch direkt Bilder so dazu gehabt. Aber es wurde auch sehr gut erzählt. Deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört. Und ich finde die Einleitung eigentlich ziemlich gut gemacht. So wie die dann im Prinzip von einer Behörde oder wo auch immer. Die wollen ja diesen Stausee bauen. Und so total so ein bisschen bürokratisch so. Und ach, geh da mal hin. Und später gehst du da zu so einem alten... Ja, und die ist ja auch sehr ehrgeizig. Genau. Und die will ja wirklich wissen, was ist denn da los? Warum kann ich das jetzt nicht machen? Lässt sich dann eigentlich von diesen Geschichten erstmal so gar nicht überzeugen. Bis sie es nun mal dann selber merkt. Wenn man das so sagen kann. Ja, das ist auch diese Art von Horror. Also diese Horrorgeschichte. Das ist sowieso immer sehr... Das geht ja... Das ist ja nicht so dieses Blättermäßige oder sowas. Nee, es ist mehr Psycho. Psycho. Das ist ja mehr so... Geht so echt so ins Psycho rein. Und ja, wie du schon gesagt hast, diese Veränderung, die da ja kommt. Und auch der Emmi, wie er ja dann erzählt, was ja in der Vergangenheit da in dem Heideland ja da passiert ist. Das betraf ja in erster Linie eine Familie, die ja direkt auf dem Heideland ja gelebt hat. Genau. Er wohnt ja eher mehr so ein bisschen am Rand des Heidelandes, nicht direkt da drauf. Und der meint ja auch dann, wie schlimm das ja dann da schon war. Und wie schlimm es hätte es oder musste es dann dort sein. Und mir hat generell, war ich die ganze Zeit so in diese Spannung mit reingezogen. Auf jeden Fall. Ich habe sofort die zweite Folge reingeknallt. Und wie bei die Zeitmaschine. Genau das Gleiche. Und das ist auch so... Ja, also das kann auch emotional dich schon ergreifen. Vor allen Dingen diese Veränderungen, die da durchlaufen. Es gibt ja viele Filme auch zum Beispiel, wo solche Sachen ja auch häufig thematisiert werden. Boah, da könnte man jetzt so viele Beispiele nennen. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal die Fliege, der Film. Da ist es ja auch so zum Beispiel, als er ja anfängt sich langsam zu verändern, also dass er ja zu der Fliege wird. Es ist ja aber ganz am Anfang ja so, dass er aus seiner Sicht, als er ja noch nicht weiß, dass er zu einer Fliege wird, diese Veränderung, die ihn durchläuft, aus seiner Sicht ja nur Vorteile haben. Genau. So, und die ihn aus seiner Sicht ja nur Vorteile für ihn haben. Genau. Und das ist da auch, würde ich mal sagen. Es ist ja am Anfang, ist es erstmal so, für diese Familie, die diese Entwicklung dort durchläuft, ist es, würde ich auch mal sagen, aus ihrer Sicht am Anfang definitiv positiv gewesen. Ja. Bevor es dann schlimm wurde. Genau. Das, wie er das dann so erzählt, von diesem positiven Aspekt, wie es dann immer schlimmer und schlimmer wird, das ergreift dich wirklich und ist hoch, also wie du schon sagst, du klebst da dran, du willst weiterhören, du willst wissen, wie geht's. Da ist überhaupt kein Moment gewesen, der so langweilig war. Nee. Dann war das auch soundtechnisch super geil gemacht, dann gibt's eigentlich gar nichts zu bemängeln. Also das war richtig geil gemacht. Viele von euch kennen vielleicht schon die Geschichte, aber trotzdem, das ist ja wie damals Hänsel und Gretel und Co., würde ich auf jeden Fall sagen, hör trotzdem nochmal rein, weil das ist richtig gut gemacht. Und wenn man, ja, diese Zeit, also das ist auch nicht, es ist länger als eine normale Folge natürlich, aber es ist immer noch eine relativ kurze Geschichte, die auf den Punkt kommt. Das ist eine schöne Länge, so, da kannst du das locker hintereinander weghören, wenn du so ein bisschen Zeit hast, also erst recht im Auto, aber ich hab's dann auch auf der Arbeit noch gehört. Ja, auch da fällt's mir sehr schwer, noch überhaupt mehr zu sagen, weil man dann sonst wirklich zu viel verrät, weil dann viel Spannung weg wäre. Ja, das ist auch echt so ein Ding, da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel verrät. Ja, kommen wir zu den Sprechern. Yves wird gesprochen von der Marike Oeffinger, sie ist unter anderem eine der deutschen Synchronstimmen von Vanessa Hutchins. Dann Emmy wird gesprochen von Douglas Welbert, erst im Augenblick die aktuelle Stimme vom Krümelmonster aus der Sesamstraße. Dann gibt's noch den Emmy in Jung und der wird von Daniel Welbert gesprochen und das ist der Sohn von Douglas Welbert. Naja, und er hat unter anderem schon Kingsley Ben Adir synchronisiert. Dann Victor wird gesprochen von Jakob Weigert, er hat unter anderem schon James Norton und Brandon Fletcher synchronisiert. So, und ich hoffe, ich spreche's richtig aus. Name wird gesprochen von Dennis Schmidt-Voß, ist unter anderem die Synchronstimme von Ryan Reynolds, kennt man eigentlich, und von Chris Evans. Dann Frank, also Frank, wird gesprochen von Uwe Büschken und er ist unter anderem eine der deutschen Synchronstimmen von Colin Firth und Ed Helms, Stu aus Hangover, der Zahnarzt, der sich selbst ein Zahn zieht. Ja, genau. Ja, und ich fand, jede Stimme hat echt super gepasst. Vor allem hat mir die Eve auch sehr gut gefallen. Ja, auch der Emmy war wirklich gut. Also dieses, du merkst ja richtig so, wie der schon so selig angeschlagen ist, wegen dieser ganzen Vergangenheit. Ja, und dass der das gar nicht... Und der ist, der macht schon sehr so, der bringt das gut rüber, so diese Erschöpftheit und dieses, ne, der ist schon, also es kommt sehr realistisch rüber. Wirklich ein selig sehr angeschlagener Mann. Und obwohl es ja gar nicht so viele Sprecher gibt, ist es trotzdem nicht langweilig. So, du hast nicht irgendwie das Gefühl, dass du die ganze Zeit nur mit diesen paar Menschen eben nur die ganze Zeit zu tun hast, sondern du hast auch durch die Story an sich ja schon so, bist du so abgelenkt, sodass das dir egal ist. Ja, wirklich, man ist wie gebannt, hört man dazu, den Erzählungen. Ja, und will wissen, wie es ausgeht. Generell kann man ja vielleicht noch sagen, dass alle diese fantastischen Geschichten, die jetzt vom Oliver Döring sind, beziehungsweise vom Döring ja umgesetzt, kann man ja so sagen, weil original ist es ja von Lovecraft und dass alle richtig gut sind. Ja. Also es hat mir, ich habe jetzt alle durchgehört und die sind... Ich habe auch alle durchgehört, also genial. Krieg der Welten von Held and Wels. Man erkennt natürlich immer so ein Muster, dass gerne so ein offenes Ende da gelassen wird, aber... Ja, aber das hängt ja auch teilweise auch mit den Schriftstellern zusammen. Genau, das hat mit dem Döring ja nichts zu tun. Aber auch das finde ich gar nicht so schlecht. Also das öffnet dir so eine Tür in so ein Geschehen, ein Universum oder was auch immer und lässt das einfach mal so stehen und dann kannst du darüber nachdenken. Aber generell kann ich nur Positives über die Hörspiele von Döring sagen. Generell, ja. End of Time. End of Time. Und so weiter. Ist bei uns zu Recht in den Top Ten. Also Oliver Döring ist echt fleißig, muss man sagen. Es ist unglaublich, wie viele Hörspiele der gemacht hat. Und auch seine Star Wars Hörspiele finde ich auch genial. Wahnsinn. Ja. Wie alle anderen fantastischen Geschichten gibt es dieses Hörspiel natürlich auch überall. Ja. Und an der Stelle können wir auch ruhig hier sagen, wir werden hier ja noch öfters... Ja. Also einige, also wir werden hier noch einige Geschichten aus diesem Universum von diesen fantastischen Geschichten. Ja, also wenn... Wir vorstellen. Ja, also... Wir haben ja schon mehrere. Es sei denn, ihr könnt es nicht abwarten, dann könnt ihr natürlich alle online euch schon mal vorher anhören. Aber das ist vielleicht auch interessant, dann könnt ihr auch ein bisschen mitreden und vielleicht in den Kommentar mal reinschreiben, ja, wie euch die Geschichten gefallen. Das würde uns sehr interessieren. Ja. So, das war's dann wieder von uns. Kurz und knackig. Gebt uns einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir hoffen, dass wir euch dann bei der Suche nach weiteren Hörspielen geholfen haben. Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.